Karin, wie wäre es jetzt mit ein bisschen Musik? Ja. Wäre doch nicht schlecht, oder? Was sagt dir diese Minutin? Kennst du das Lied? Rick Ashley? Richtig! Das ist Rick Ashley mit seinem letzten großen Hit. Und der Mann ist das erste Mal im deutschen Fernsehen, natürlich bei uns, mit seiner neuen Single Whenever You Eat Somebody. Und der Mann ist das erste Mal. Und der Mann ist das erste Mal. Sind dich selbst 임. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020